Bitte erklär mir eins. Wer ist so dreist? Wer missachtet so das Gesetz? Wer ist so herzlos? Und so kaltblütig, dass er selbst seine Freunde ans Messer liefert? Was glaubst du? Wahrscheinlich niemand. Oft liegt der Grund in einem selbst. Wir wissen, wer sie sind. Und irgendwann machen sie Fehler. Und sobald sie das tun, schnappen wir sie uns. Wie selbstbewusst du bist. Sag mir, wer es war. Sag es mir! Wenn einer das versaut, werde ich ihm das niemals verzeihen. Du allerdings gehst nur noch zur Beerdigung. Mal sehen zu wessen als nächstes. Ja, heute bin ich. Wirgehen sie uns. Wirgehen sie uns. Aber wir müssen uns lernen, wie sie alleine anbaut. oder? Vielen Dank.